Die Schule ist bald zu Ende. Was dann? Weiter zur Schule, aber zu welcher? Und wo gibt es freie Plätze? Und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Bei uns findest du Antworten. Wir beraten dich zu allen Fragen zur Schulwahl in Lübeck und Ostholstein. Du hast das Abitur erreicht? Herzlichen Glückwunsch! Und wie geht es jetzt weiter? Studieren? Aber was? Oder vielleicht erst mal ein freiwilliges soziales Jahr? Oder ein Jahr im Ausland? Meld dich bei uns. Wir helfen dir, den richtigen Studienplatz zu finden oder planen mit dir ein Überbrückungsjahr. Oder doch ein Ausbilder. Aber was passt zu mir? Welche Ausbildungsberufe gibt es? Und wo finde ich die passenden Ausbildungsstellen? Wann muss ich mich bewerben? Komm am besten zu uns in die Berufsberatung. Wir können dir sagen, wie der Ausbildungsmarkt in Ostholstein und Lübeck ist und wie und wo du dich bewerben kannst. Wir sind für dich da. Melde dich einfach telefonisch bei uns oder vereinbare gleich online einen Termin. Wir sprechen mit dir und deinen Eltern über deine berufliche Zukunft.